Da war der Druck wohl ziemlich groß. 97 fällt Startschuss für ein dringendes Bauvorhaben. Malchins Innenstadt bekommt ein Pissoir. Etwas ganz Besonderes haben sich die Hersteller dieses Zitronens einfallen lassen. Der Evasion verfügt seriemäßig über Fahrer und Beifahrersitz. Sind Walt Disney Filme doch nicht jugendfrei? Esmeralda ist die erste Frau, der Quasimodo seine Glocken zahlt. Verfliegen wird hart bestraft. Brieftauben unterm Hammer. Die Invasion der Killerinsekten. Er hat gekämpft und doch verloren. Horst L. Schädlingsbekämpfer. Für Leute, die ihre Nase überall reinstecken müssen. Kopf nicht in die Öffnung stecken. Für dieses Stellenangebot des Arbeitsamtes Halle ist eine außergewöhnliche Qualifikation erforderlich. Wagenschieber. Besondere Kenntnisse, Erfahrungen. Zusammenschieben von Einkaufswagen. Für seinen Job gibt er alles. Drechselrei Hans Fingerlos. Das Juren hat endlich ein Ende. Telefonieren bald auch in der Schweiz. Ohhhh! Das Juren hat nicht neu. Vielen Dank.